Wir sind die Kinder der Totenstadt. Ich freue mich heute ein Gespräch mit zwei wichtigen Frauen führen zu können, die sich gegen Antisemitismus engagieren. Und ich bin richtig stolz, liebe Frau Berben, dass Sie Zeit haben, heute für dieses Gespräch zur Verfügung zu stehen. Zusammen mit Ihnen, liebe Frau Kass. Denn Sie haben ein gemeinsames, wichtiges Projekt, über das wir dann ausführlich sprechen wollen, das sich mit Antisemitismus, mit Erinnerung, mit Umgehen der Erinnerung befasst und vor allen Dingen damit auch für junge Menschen ein Aufruf ist, sich zu engagieren und einzubringen. Liebe Frau Kass, Sie sind Pädagogin und Sie haben, fand ich, sehr interessant promoviert über Kinderzeichnungen aus Theresienstadt. Und das hat Sie anscheinend gar nicht losgelassen, denn es geht jetzt um ein gemeinsames Musikdrama, wenn ich das so nennen darf, die Kinder der Totenstadt. Erzählen Sie doch einfach mal, Frau Kass. Ja, vielen Dank. Sie haben gerade mein Forschungsthema erwähnt mit dem Zusatz, das Thema hat Sie nicht mehr losgelassen und genau so war es. Denn bereits in der Dissertation, ich habe 6000 Kinderzeichnungen untersucht, die im Ghetto Theresienstadt während der Gefangenschaft der Kinder angefertigt wurden. Und dadurch habe ich mich bereits mit Einzelschicksalen beschäftigt. Und ich habe im Zuge dieser Forschung 13 Zeitzeugen und Zeitzeuginnen interviewt, die unglaubliche Geschichten erzählt haben, die jeder Einzelne gesehen sehr, sehr berührend für mich war. Und die haben letztendlich die Basis gegeben für den Inhalt für die Kinder der Totenstadt. Die Geschichte ist historisch belegbar. Es handelt von dem Tag im Ghetto, als das internationale Rote Kreuz zu Besuch kam, um zu schauen, dass es den Gefangenen in Anführungszeichen gut gehe. Man hat ein Trugbild geschaffen, man hat das Rote Kreuz getäuscht. Und angereichert ist diese Geschichte aber durch die Einzelschicksale der 13 Zeitzeugen. Wenn Sie erlauben, würde ich meine Lieblingsanekdote ganz kurz erzählen. Gerne. Ich habe eine Zeitzeugin interviewt in Prag und sie hat mir erzählt, sie hätte überlebt aufgrund von Pluto, einem Holzhund. Und sie bat mich aufzustehen und Pluto aus der Vitrine zu holen. Das war so ein Hund aus Holz auf einem Sockel mit so Gummibändern. Er hat Sitz und Platz gemacht, wenn man unten gedrückt hat. Vielleicht kennen Sie das. Und sie hat mir erzählt, dass ihr Vater ihr zum fünften Geburtstag diesen Holzhund geschenkt habe. Und als sie im Ghetto Thresenstadt ankamen, suchte man Zimmermänner für den Bau von Baracken. Ihr Vater war aber eigentlich Arzt. Und sie haben diesen Pluto vorgezeigt, um zu beweisen, dass der Vater sehr geschickt im Umgang mit Holz sei. Und das hat die SS überzeugt und so durfte die Familie im Ghetto bleiben. Und das ist der einzige Grund, warum die Familie oder letztendlich das Mädchen überlebt hat. Und in unserem Stück ist der Holzhund das Pferd aus Holz. Kinder der Totenstadt. Tote Stadt, Theresienstadt, denn da war ja nachher kaum noch Leben. Es wurden 15.000 Kinder unter 15 Jahren aus Theresienstadt dann auch noch weggebracht, deportiert und umgebracht. Die meisten nach Auschwitz. Und es waren Kinder noch da, als dann endlich die Befreiung kam. Sie haben sich da intensiv mit befasst. Wie war denn Ihr Eindruck, wie junge Menschen, wenn sie davon hören, wie sie damit umgegangen sind? Sie waren zunächst einmal überrascht, als sie davon hörten. Aber als sie sich intensiv auseinandersetzten mit dem Stück, in dem sie, sofern es möglich ist, natürlich in eine Rolle schlüpften, der Rollen in die Kinder der Totenstadt, war das Begreifen ganzheitlicher. Ganzheitlicher, so wie Sie eben schon sprachen, von emotional und kognitiv. Und das ist meiner Meinung nach auch der einzige Ansatz, der funktioniert. Ich habe mal für eine Stiftung gearbeitet in Düsseldorf. Die haben Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz finanziert. Ich habe diese Fahrten vorbereitet und begleitet. Und schon damals sagte jemand zu mir, Auschwitz oder den Holocaust begreift man nicht nur mit dem Verstand, sondern nur zusammen mit dem Herzen. Sofern überhaupt möglich bei diesen Dimensionen, was muss man dazu sagen. Und so ist es auch den Schülerinnen und Schülern gegangen. Und die Geschichte ist ja nicht nur die historisch erzählte Geschichte, sondern wir haben auch ein kleines Liebesdrama mit drin versteckt. Wir waren uns erst nicht sicher, ob wir das dürfen. Wir haben deshalb Zeitzeuginnen ins Boot geholt und haben sie um Erlaubnis gefragt und sie haben es gestattet. Und auch dadurch entsteht eine Identifikation. Auch haben sich im Ghetto Menschen ineinander verliebt, natürlich. Wie das ist, wenn man 16 Jahre alt ist, so wie unsere Hauptdarstellerin. Und ich würde sagen, dass dieser Zugang gelungen ist. Dass es Jugendlichen gelungen ist, an Ansätzen das zu begreifen, was Zahlen nicht vermitteln können. Und an dieser Stelle sage ich immer gerne, dass ich glaube, dass es leichter ist, sechs Millionen Mal ein Einzelschicksal zu verstehen, als einmal zu begreifen, sechs Millionen Menschen. Das ist selbst für mich viel zu abstrakt. Ich habe ja diese letzten Proben miterlebt. Und ich habe auch die Premiere miterlebt, weil sie sagen, wann waren die Kinder eigentlich auch bereit, wann haben sie es begriffen. Und vielleicht muss ich das aus der Sicht einer Schauspielerin wirklich sagen. Das war so ergreifend mitzuerleben, wie sie mit ihren Rollen wirklich verschmolzen sind. Ich habe da in der Premiere Rotz und Wasser gehäult, wirklich zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit. Und dann muss man immer wissen, eine Premiere bedeutet, gerade für Kinder, die das nicht gelernt haben, da sitzen jetzt Freunde und Eltern und alle. Weil es hat keines der Kinder für die Eltern gespielt, für die Freunde gespielt. Sie haben für das Stück gespielt. Und das war für mich das emotionalste Erlebnis auch, wirklich denen zuzuschauen, wie die in diese Rollen reingegangen sind. Und darum, ich war mir dann auch so sicher, mich für das richtige Projekt als Schirmherrin entschieden zu haben, weil das ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, dass Kinder selbst anderen Kindern etwas vermitteln können. Das finde ich halt so ungeheuer wichtig darin. Es ist die Sprache der Kinder, es ist die Musik, die benutzt wurde auch. Musik ist so ein starkes Transportmittel von Emotionen. Es ist diese kleine Liebesgeschichte, ja. Aber es sind die Ängste, es sind die Gespräche, die sie führen. Also für mich ist das ein Projekt gewesen. Man kann es nicht genug in die Schulen bringen, in die Theater bringen, in die Diskussionsmöglichkeiten für Geschichtsunterricht bringen, weil so viele Ansatzpunkte sind, für Jugendliche und für Kinder sich zu identifizieren. Ich finde es ganz toll, dass das Medium der Musik gerade nochmal angesprochen wird, weil Sie und ihr könnt euch sicher denken, als ich die Idee hatte und habe einen Komponisten und einen Autoren gesucht, sind alle weggelaufen. So ein Musical über den Holocaust im Gottesfeld. Das darf man nicht. Und dann haben wir uns aber die Frage gestellt, darf man denn ein Medium grundsätzlich ausschließen, ohne es wenigstens zu probieren? Sie sprachen eben darüber, die immer mehr heterogen werdenderen Klassen oder die Gesellschaft generell, die immer vielfältiger wird. Sie können nicht eine einheitliche Art von Vermittlung bekommen. Und so haben wir gedacht, Musik überwindet die Grenzen der Sprache, des Intellekts, der sozialen Herkunft, der Kultur. Da erinnere ich mich gerade an eine Anekdote bezüglich der Aufführung in Frankfurt. Das ist ja, glaube ich, in zwei Spielzeiten aufgeführt worden. Und manchmal waren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen im Publikum aus Polen und sie konnten kein Deutsch. Aber das Stück war ja auf Deutsch und sie haben trotzdem geweint, obwohl sie es rein sprachlich nicht begriffen haben. Das hat mich sehr, sehr überrascht und beeindruckt und auch gefreut. Ich denke bestimmt auch durch Musik, denn Musik transportiert ja ganz viel. Nicht nur Gefühl, sondern ja auch einen Zugang zu einem Thema. Ich meine, Filmmusik zeigt das. Musik verbindet so. Das ist ja auch so wichtig. Ja, man versteht sich ohne Worte. Man versteht sich ohne Worte, ja. Deshalb war es uns auch wichtig, ein vielfältiges Spektrum an Musik anzubieten. Manche Musikgenres haben wir von vornherein weggelassen. Und es ist auch nicht nur Klesmermusik. Es ist auch nicht nur klassische Orchestermusik. Wir haben uns auch ein Heavy-Metal-Stück erlaubt. Ja, oder ein typisches Musical-Lied, ein Popsong, ein Liebeslied. Also es ist da sehr vielfältig und für die meisten Geschmäcker was dabei. Aber darum ging es auch gar nicht. Wenn ich Schulklassen begleitet habe dabei, dann haben die gar nicht über ihren Musikgeschmack gesprochen oder den in den Vordergrund gestellt. Sie haben das so genommen, so angenommen für sich. Das war eine schöne Erfahrung. Wie ist es denn jetzt nach der Premiere, die war glaube ich 2019, wie ist es denn dann weitergegangen? Dann ist doch bestimmt die Pandemie etwas, auch diesem Projekt in die Quere gekommen. Ja, absolut. Es gab ganz, ganz aufwendige Proben in einer Schule in Ostfriesland. Und sie standen kurz vor der Aufführung und dann kam eben schon die Pandemie. Aber diese Schulgruppe hat eine schlaue Lösung gehabt. Sie haben einen Dokumentarfilm gedreht, der zwei Stunden lang geht und auch frei verfügbar ist im Internet. Und in diesem Dokumentarfilm haben sie alle Beteiligten zu Wort kommen lassen. Vom Hausmeister bis zur Sekretärin, der Bibliothekarin, dem Pfarrer vor Ort und dem Schulleiter. Und alle haben etwas dazu beigetragen. Und dieser Film ist wirklich ganz fantastisch geworden. Und ein gutes Beispiel dafür, dass auch ein Laienensemble das Stück spielen kann. Denn in Frankfurt waren es ja schon kleine Profis. Und das ist an dieser Stelle auch ganz wichtig zu sagen, dass sich keine Schule abgeschreckt davon fühlen soll. Wenn man hört, es sind 900 Seiten, Noten für klassisches Orchester. Wir wissen, dass es keine Schule leisten kann, auch zeitlich nicht. Es gibt also in dem Begleitmaterial Versionen, die wesentlich einfacher sind. Ist es schon in verschiedenen Schulen zur Aufführung gekommen oder zu einer weiteren Befassung? Ja, eine weitere Aufführung gab es noch im Februar 2020, ganz kurz vor dem Lockdown in Bad Sassendorf. Das war eine Aufführung von fünf Schulen, die sich zusammengetan haben. Und es war ganz fantastisch. Die Hauptrollen wurden über ein Casting vergeben. Aber am Ende waren über 60 Schülerinnen und Schüler im Chor. Und das war sehr schön, dass alle dort eine Rolle hatten. Und erstaunlich ist auch, dass es ganz anders war als in Frankfurt und auch ganz anders als in der Schule in Ostfriesland. Diesen Spielraum hat man durchaus auch, eine ganz eigene Interpretation zu machen, ohne dass die Handlung oder die Musik verloren gehen. Und dann kam schon der Lockdown. Und da haben wir Angst bekommen, dass das Stück gegen das Vergessen in Vergessenheit gerät. Aber ich denke, da ist ja auch ganz wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Es geht nicht nur darum, dass jetzt Wissen auch in Schulen nachgeholt wird, sondern dass ein gemeinsames Erleben geschaffen wird, wie das Befassen mit diesem Stück, was dann nochmal jede Schülerin, jeden Schüler auch mit dieser Thematik in Verbindung bringt und ja unterschiedliche Reaktionen, Empfindungen auslöst. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, wir müssen möglichst viele, viele junge Menschen erreichen, dass sie sich dadurch angesprochen fühlen und sehen, wir haben hier auch eine Verantwortung in unserer Gesellschaft. Wir hoffen doch einfach, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer zu erreichen mit diesem Podcast jetzt hier, die sich berufen fühlen und aufgefordert fühlen, das vielleicht als einen Teil ihres Unterrichts zu sehen. Und eben jetzt nicht gebunden sind an ein ganz bestimmtes Fach, das zu tun, sondern auch klassenübergreifend, nachmittags, in Theatergruppen, wo auch immer, das, sag ich mal, zu ihrem eigenen Thema zu machen. Und meine Erfahrung mit Lehrerinnen und Lehrern in Nordrhein-Westfalen ist, sie sind sehr froh, wenn sie etwas haben, was sie, sag ich mal, ein bisschen abrufen können für sich und dann auch ein bisschen Unterstützung haben, Hilfe haben, daraus etwas, wie es eben passt an der Schule, für sich auszuentwickeln als ein eigenes Projekt. Und mit den Kindern der Totenstadt, mit diesem Musikdrama, mit dem Hörbuch, mit dem Drehbuch oder mit einer Ausarbeitung hat man schon mal ganz viel an der Hand. Und deshalb, liebe Frau Kass, was wünschen Sie sich? Ich wünsche mich, dass viele Lehrerinnen und Lehrer heute zugehört haben, dass sie keine Scheu davor haben, sich diesem Thema zu nähern. Sie bekommen wissenschaftlich fundiertes, historisches und pädagogisches Begleitmaterial, was so zum Einsatz kommen kann. Das heißt, sie müssen keine eigenen Unterrichtsreihen dazu vorbereiten. Sie können diese nutzen. Und die Kinder werden es ihnen danken, wenn sie auf der Bühne stehen und auch eine Anerkennung vom Publikum bekommen, dafür, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Das kommt ja auch noch dazu. Und Selbstwirksamkeit, Anerkennung, die Stärkung von Selbstbewusstsein ist auch nicht gerade unwichtig. Und das erreichen Sie damit gleichzeitig auch. Also Sie leisten da einen ganz, ganz großen Beitrag, liebe Frau Kass, mit diesem Projekt, dass Sie mit so viel Herzblut und wirklich auch innerer Anteilnahme betreiben. Und wie kann man sich denn jetzt an Sie wenden? Am einfachsten ist es, unsere Homepage zu besuchen, www.diekinderdertotenstadt.de. Da gibt es ein Kontaktformular, da können Sie sich informieren oder auch das Buch und die CD bestellen, um sie privat für ein Theater oder Ihre Schule zu nutzen. Und, vielleicht darf ich es ergänzen, man kann natürlich auch einfach Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen eingeben. Das ist auch bei uns auf der Homepage. Und wenn Sie sich an mich, Lehrerinnen und Lehrer, wenden. Ich habe auch noch einige CDs. Ich kann erst mal Material Ihnen zur Verfügung stellen. Dann können Sie sich überlegen, was Sie daraus machen. Und ich würde natürlich auch den Kontakt herstellen. Also ich denke, wir haben vielfältige Wege, das zu tun. Und ich wünsche mir sehr, dass das Interesse jetzt wieder geweckt wird. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Kass, für das, was Sie machen. Und liebe Frau Bergen, dass Sie Zeit dafür haben und vor allen Dingen auch eben sich so mit diesem Projekt identifizieren. Weil es ist für unsere Gesellschaft, für unseren Zusammenhalt und für die Verteidigung unserer Werte ganz, ganz entscheidend, dass Sie, alle, die jetzt hier zuhören, sich davon angesprochen fühlen. Vielen Dank. Vielen Dank.